Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer und trotzdem seit langem mal wieder, Nerdizist Michael. Hallo! Hallihallo! Ja, ihr macht ja eure Reihe da zu Hause, deshalb sprechen wir uns gar nicht mehr so oft gerade. Ja, und ich habe es auch in der 13. Folge von Zeig mir Deins, ich zeige dir meins erwähnt. Wir sind gerade so ein bisschen serientechnisch auf dem Trockenen. Also es gibt ja genug Serien, aber was zu besprechen ist. Ich hatte große Hoffnungen in Space Force, die auch genauso groß enttäuscht wurden. Und jetzt haben wir eine neue Serie, über die wir heute mal anfangen zu sprechen. Aber eigentlich wollen wir den Ausgangspunkt dieser Serie besprechen. Wir wollen heute über Snowpiercer reden, nämlich den Film von 2013 und unsere ersten Eindrücke der ersten Folge der Serie, die jetzt auf Netflix läuft. Aber bevor wir soweit sind, Michael, muss ich natürlich noch auf was hinweisen. Wir haben nämlich, weil wir ja trotzdem so einen hohen Output haben, etwas völlig vergessen. Ach, was haben wir vergessen? Wir haben völlig vergessen, alle miteinander die 100. Folge Neudizismus auch nur irgendwie zu feiern. Ah, stimmt. Also die 100. Folge der Hauptreihe. Ich meine, wir haben ja schon über, glaube ich, über 200 Folgen insgesamt. Aber wir zählen ja nicht alle Folgen, die wir hier machen, zur Hauptreihe dazu. Wir haben sogar schon über 250 insgesamt. Aber in der Hauptreihe Neudizismus ist das jetzt heute die 101te. Und ich muss sagen, ich habe es auch völlig vergessen, bis ich für die 13. Folge, da zeigt mir deins, ich zeig dir meins halt eben den Episodentitel eingetragen habe und dann festgestellt habe, huch, das ist ja jetzt schon Neudizismus Folge 100. Ja, also von daher an dich mal herzlichen Glückwunsch. Ja, dir auch, dir auch. Dass du es fünf Jahre schon mit mir ausgehalten hast. Es ist ja fast, Ende des Jahres sind es sechs Jahre, oder? Ja, wir hatten ja mit der Live-Show unser Fünfjähriges gefeiert und trotzdem kommen immer wieder Leute noch dazu. Ich habe jetzt auch gerade festgestellt, man kann, wenn ihr uns also über Radio beziehungsweise Podcast Addict hört, da könnt ihr uns zum Beispiel auch Bewertungen hinterlassen. Das ist ganz was Neues. Also nicht nur bei iTunes kann man das jetzt bewerten, sondern auch bei Podcast Addict, wenn ihr also diese App benutzt, dann schaut doch mal rein, da könnt ihr uns auf jeden Fall bewerten. Und für alle, die die neu herkommen und jetzt vielleicht über Snowpiercer auf uns gestoßen sind, Michael, was könnten die denn noch alles von uns hören? Ja, seit fast sechs Jahren, sagen wir mal seit fünfeinhalb Jahren, kann man einfach auf nerdizismus.de gehen und da findet man im Prinzip alles, was man so von uns hören will. Unsere ganzen Film-Reviews, unsere ganzen Serien-Reviews. Wir haben, glaube ich, insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Hauptreihen mittlerweile, über die wir sprechen, die in verschiedenen Abständen mal gemacht werden und dann wieder nicht. Aber wer uns sonst noch schreiben will, wer uns sehen will, kann das tun auf unseren diversen Social-Media-Kanälen, und zwar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, wo ihr oft Livestreamt, wir manchmal zusammen. Und wer uns schreiben möchte, wie immer an info-at-nerdizismus.de oder an unsere WhatsApp-Nummer, und zwar die 01525-964-7709. Und da könnt ihr uns nämlich immer Sprachnachrichten und alles, was ich hier auch hinterlassen. Wir nehmen auch gerne Bilder entgegen, wenn man diese auch vielleicht nicht so gut hier zeigen kann. Echt? Wir nehmen auch Bilder entgegen? Das wusste ich gar nicht. Das Handy liegt bei dir, das habe ich jetzt mal für dich gesagt. Ja, schickt mir eure Bilder, ich gucke sie mir gerne an oder vielleicht auch nicht. Das weiß ich noch nicht so genau. Wir haben auch eine Telegram-Gruppe, in der nichts los ist. Ich habe einfach nur mal eine Telegram-Gruppe aufgemacht, weil man halt auch eine Telegram-Gruppe aufmachen kann. Und ihr könnt auch uns, und dann können wir diesen immer länger werdenden Part auch abschließen. Wir sind alle 14 Tage auch auf dem Twitch-Kanal der German Comic Con unterwegs. Und in der Regel machen wir da ein Nerd-Quiz. Wer also mit uns quizzen will, der schaut einfach alle 14 Tage auf twitch.tv slash German Comic Con. Ihr könnt auch twitch.tv slash Nerdizismus nehmen. Wir raiden das meistens dann durch. Und da spielen wir also Nerd-Quiz. Und Nerd-Quiz spielen wir auch am 21.06., also kommenden Sonntag, ab 13 Uhr, nämlich bei der zweiten Ausgabe der German Comic Con Home Edition. Und da werden wir sowohl ein Nerd-Quiz machen, wo es auch Preise gibt, als auch wieder Interviews mit ein paar bekannten Stars und Schauspielern. Ganz ehrlich, wir wissen selber noch nicht genau, wer kommt. Die sind gerade in Verhandlungen. Beim letzten Mal hatten wir Michael Cutlitz da, den Abraham aus The Walking Dead. Wir hatten Sam Jones da, den Flash Gordon der 80er. Wir hatten Chelsea Reester aus The 100 und so weiter. Und so weiter. Also wirklich tolle, unterhaltsame Gäste waren das auch. Und von daher freuen wir uns auf den 21.06. ab 13 Uhr twitch.tv slash German Comic Con. So, sechs Minuten haben wir jetzt wieder ein Intro gehabt. Und haben auch gar nicht über das eigentliche Thema des Tages geredet. Wir haben es ja am Anfang gesagt, es geht heute um Snowpiercer. Und zwar hauptsächlich um den Film von 2013, der damals durchaus für positives Aufsehen oder erregt hat. Der in der Regie ist von Bong Joon-ho, einem Südkoreaner, der vor allem jetzt Aufsehen erregt hat und einem breiteren Publikum über Snowpiercer hinausbekommen ist, weil er nämlich maßgeblich die Geschichte und das Drehbuch zu Parasite geschrieben hat. Ein Film, der er bei den Oscars dieses Jahr absolut abgeräumt hat. Wir haben in der Hauptrolle dann auch Chris Evans. Ich glaube, zu Chris Evans braucht man jedem Nerd nichts mehr sagen, das man immer noch nicht mitgekriegt hat. Er spielt in diversen Comic-Verfilmungen den Captain America. Und dann, wer ist denn noch im Film dabei? Ach, Tilda Swinton ist dabei, Ed Harris ist dabei, den wir ja gerade schon die ganze Zeit gesehen haben in Westworld. Wir haben John Hurt dabei. John Hurt spielt ja grundsätzlich eigentlich überall mit, was irgendwie Bedeutung hat. Von Doctor Who über 1984, Harry Potter und so weiter. Also John Hurt ist ja eigentlich... Weilt auch mittlerweile leider nicht mehr unter uns. Ja, er hat auch im vierten Indiana Jones, es gibt ja einen vierten Indiana Jones, ach Gott, hab ich ganz vergessen. In das Parfum war er in V, wie Vendetta und so weiter und so weiter, verbotene Schlüssel. Also Hellboy, also wie gesagt, Dog Will. Also richtig tolle Film, hat John Hurt auch mitgespielt. Ja, und Tilda Swinton, auch die Bede haben wir letztens wieder einen Film, mit der haben wir auch wieder einen Film gesehen. Hier, Only Lovers Left Alive. Und jetzt ist sie uns wieder begegnet im Snowpiercer. Und du wolltest unbedingt über diesen Film sprechen, schon seit langem liegst dir mir damit in den Ohren. Und heute tun wir es und ich rede die ganze Zeit. Jetzt sag doch mal, warum wir eigentlich über diesen Film reden müssen. Ich glaube, ich habe den damals in irgendeiner Preview oder Pressepreview jedenfalls irgendwas Gewonnenen gesehen und war völlig hin und weg. Und ich gucke mir alle paar Jahre immer mal wieder an, weil ich vergesse, wie gut dieser verdammte Film einfach ist. Und wenn man bedenkt, dass das Ding damals nur 40 Millionen Dollar gekostet hat, das sind mittlerweile zwei Episoden bei irgendeiner High Budget TV Serie. Und wenn man dabei sieht, was da rausgekommen ist, dann kann man nur den Mund runterklappen. Weil wie verspielt dieser Film ist, der mit Genres spielt, mit Visuals spielt, mit Musik spielt, was die Schauspieler da rausholen, das ist einfach so eine kleine Tour de Force. Und ich bin immer wieder hin und weg, wenn ich den sehe. Jetzt auch wieder. Ich habe auch wieder vergessen, wie verdammt scheiße gut der Film ist und wie richtig, richtig gut der mir insgesamt gefällt. Basiert übrigens auf einem französischen Graphic Novel. Man sagt ja nicht mehr Comic, man sagt ja dazu oder hat damals schon dazu Graphic Novel gesagt. Zu einem von, von war es, ich glaube war es 1982, ein Jahr bevor ich geboren wurde, ist das schon rausgekommen. Und hieß, boah, mein Französisch ist ganz Englisch, La Transpergnege oder so. Keine Ahnung, haupt mich dafür, was ich hier gerade sage. Schneebrecher oder irgendwie sowas heißt der auf Deutsch, sind drei, vier Teile mittlerweile rausgekommen. Auch sehr schwer hier in Deutschland zu bekommen, weil die letzte, glaube ich, Druckvariante ist, glaube ich, wirklich so um den Film rausgekommen. 2015 war, glaube ich, die letzte Auflage. Ich habe die Tage nochmal bei Ebay versucht, so ein Ding zu ersteigern. Habe ich mich heute geärgert, als es ausgelaufen ist und für 50 Euro weggegangen ist, weil normalerweise gehen die Dinger wirklich für 90 Euro weg und besteht aus irgendwie drei oder vier Volumes, die zusammengepackt worden sind. Und irgendwie muss ich mir den doch nochmal online durchlesen, weil ich habe es nie geschafft, mir den irgendwie privat zu holen. Okay. Also bevor er dann zum bösen Harvey wurde, der jetzt ist, sag ich jetzt schon im Knast, ich glaube, der tut gerade so, als wäre er halbtot vor Gericht. Ich glaube, verknastelt haben sie noch nicht den alten Busengrapscher. Und der hat den Film kürzen wollen und zwar satte 20 Minuten, da er der Meinung war, dass der Film fürs, ja, wenn man es positiv formulieren will, zu intelligent fürs US-Publikum ist oder das US-Publikum zu dumm für diesen Film. Und folglich lief der dann in den USA irgendwie gerade mal auf 30, 40 Leinwänden, also so gut wie gar nicht, ja. Und erst zwei Wochen später lief der dann irgendwie in 300 Kinos und auch nie in Multiplex-Kinos, immer nur in kleinen Programm-Kinos, ja. Das heißt, der Film ist trotz Star-Besetzung in den USA völlig untergegangen und was schade ist, weil die Bewertungen sind quer durch die Bank gut. Da sieht man auch wieder, was für einen Einfluss so eine Figur wie Harvey Weinstein überall hatte und was für krasse Geschichten über diesen Typen immer wieder rauskommen. Ich meine, er hat ja wirklich quasi Hollywood geleitet von hinten oder eine Sparte in Hollywood geleitet. Und egal, was er gesagt hat, er konnte allen damit drohen, dass wenn sein Wort rauskommt, dass der Schauspieler nichts mehr bekommt, dass der Regisseur nichts aufführen kann. Und Snoopy ist als einer dieser Filme, ich habe das damals mitbekommen, als der rausgekommen ist, gab es wirklich regelmäßig irgendwelche News darüber, wie versucht wurde, den in den USA runterzubringen. Und dadurch, dass der Regisseur dich nicht darauf einlassen wollte, den irgendwie daran rumvorstehen zu lassen, hat Harvey Weinstein wirklich Rache geübt und den versucht, im Box-Office untergehen zu lassen. Was einigermaßen funktioniert hat, aber trotzdem hat er quasi seine Kult-Follower-Schaft am Ende bekommen und letztendlich ja auch die Serie, die hier jetzt dabei rausgekommen ist. Der Film hat dann mehr oder weniger so 86 Millionen Dollar ungefähr wieder eingespielt. Das war also eigentlich so eine Nullnummer und ich finde es halt echt krass, dass man so wie der Weinstein halt sein eigenes Geld ja im Grunde genommen verbrennt. Also bezahlst du ja für solche Filmrechte, um dann Geld mit so einem Film zu verdienen. Und wenn du dann halt deinen eigenen Film, also für den du ja bezahlt hast, ins Upside schießt, da muss einem aber wirklich der Bong-Wong-Ho oder wie heißt es, ganz schön auf den Sack gegangen sein. Naja, ich glaube, das ist eher das Machtbedürfnis von diesem Weinstein gewesen. Weil es ist, diese Geschichten hat man noch von mehreren Filmen gehört. Ich glaube, von Studio Ghibli war es mindestens ein Film. Ich glaube, Prinzessin Mononoke wurde damals auch von Weinstein oder irgendein anderer Film von denen wurde über Weinstein vertrieben. Und die mussten sich wirklich durchbrechen bei dem, dass der ungeschnitten und mit den entsprechenden Übersetzungen reinkam. Weil da hat man ja noch das Problem der 1 zu 1 Übersetzung, was aus dem Japanischen ja gar nicht so gut funktioniert, weil viel einfach Bedeutung bei dem Ganzen verloren geht. Und ich meine, ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass Weinstein sich bei ganz vielen Sachen bei dieser Übersetzung dagegen gesperrt hat, weil er gesagt hat, das würden amerikanische Zuschauer nicht verstehen, diesen Subtext. Am Ende hat er nicht gewonnen, aber das war wohl auch ein ziemlicher Kampf gegen den. Das ist echt krass. Aber jetzt haben wir schon fast 10 Minuten, 15 Minuten über den Film geredet und noch nicht mal, worum es geht. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben den Film noch nicht gesehen. Also worum geht es denn? Worum geht es? Im Prinzip ist es so eine kleine Dystopie. Wir schreiben das ja, Moment, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, ist ja auch ganz egal. Seit 17 Jahren ist die Erde... 2031. 2031, ja genau. Seit 17 Jahren ist die Erde eingefroren. Also am Anfang sehen wir so ein bisschen, wie das dazu gekommen ist. Der sogenannte CEW 7 wurde in die Atmosphäre gesprüht, um die globale Erwärmung aufzuhalten. Und dadurch hat es einen Nebeneffekt gehabt, den man jetzt auch kritisch sehen könnte, wenn man den Subtext davon sieht, dass wenn man die globale Erwärmung aufhalten, dass das genau ins Gegenteil rüber schlägt. Egal. Dadurch ist die Erde eingefroren. Und die einzigen Menschen, die überlebt haben, haben auf diesem Zug, dem Snowpiercer überlebt, den ein exzentrischer Milliardär gebaut hat, passend im richtigen Moment mit einer Strecke, die einmal komplett um die Erde geht und der das ganze Jahr um die Erde fährt und durch Eis und Schnee und die letzten Menschen leben, halt auf diesem ganz, ganz, ganz langen Zug, der auch eingeteilt ist in Abteile. In die ersten, zweiten, dritten und dementsprechend, dass ein ganzes Kastensystem von Leuten ist, die in diesem Zug überleben. Und wir fangen in dem Zug an in der sogenannten Tail-Section, in der End-Sektion, die ganz am Ende ist, wo sich ein paar Leute draufgeschlichen haben und die quasi wie auf der Titanic in der Bretterklasse leben und als niederste Kaste in diesem Film versuchen zu überleben und jetzt eine Revolte starten. Eine von vielen Revolten, die vorher schon stattgefunden haben und sie möchten den Zug übernehmen und nicht mehr unter diesen unwürdigen Lebensbedingungen zu überleben. Und wir verfolgen quasi diese kleine Gruppe von Leuten, wie sie versuchen, den Zug zu stürmen und zum Anfang von diesem Zug zu kommen und zwar zu dem, wie heißt er? Wilford. Wilford, zu dem mysteriösen Wilford, dem Milliardär, der diesen Zug gebaut hat. Und der Hauptcharakter von Chris Evans gespielt, Curtis Everett, ist seit Anfang an dabei und möchte halt das verhindern, dass das weiter so geht. Er hat auch eine kleine eigene Hintergrundgeschichte, die man dann im Laufe des Films entdeckt. Und in diesem ganzen Film, in dem wir durch die Abteile gehen, kriegen wir in jedem Teil quasi ein anderes Genre und einen anderen Film präsentiert mit einer ganz visuellen, komplett unterschiedlichen Sprache. Und trotzdem ist es ein Gesamtkonstrukt, was uns da gezeigt wird, was einen ziemlich vom Hocker hauen kann. Ja, im Comic und auch jetzt in der Serie hat der Film 1001 Waggon. Im Film sind es ein bisschen weniger, da sind es irgendwie 170 Waggons oder so. Was dann mit der Anzahl der Personen und so weiter nicht hinhaut, da ist das also 1001 Waggon sind natürlich auch unrealistisch lang. Ja, aber da macht es wenig Sinn, dass also in diesem Zug herrscht, so hat es der Wilford gewollt, ein perfektes Gleichgewicht. Außer Details, diese, ja, Schwarzfahrer, schwarze Passagiere, blinde Passagiere, so nennt man das ja, Schwarzfahrer, blinde Passagiere sind es in dem Fall, die zwar dann entdeckt wurden, aber halt eben von, ja, so einer Art Polizei, kleines Polizeimilitäreinheit halt im Tail, also im Zugende zusammengefärscht werden. Und ja, man kann schon fast sagen, in konzentrationslagerartigen Elend da rumvegetieren. Und sie haben auch nichts zu essen. Also am Anfang erfährt man, dass die ersten zwei, drei Jahre, weil wie gesagt, es war kein Essen am Zug vorgesehen für diese Tail-Leute. Und deswegen ist da unten kräftig der Kannibalismus ausgebrochen. Und man kann halt nicht von einem Waggon zum anderen gehen, weil halt zwischendurch immer Shots sind, die halt abgeschlossen sind. Und da das halt ein Zug ist, ist das auch sehr schmal. Also das kann man halt mit wenigen Soldaten und mit wenigen Waffen in Schach halten. Und irgendwann haben die dann angefangen, ich sag mal, so eine Art Soylent Green zu essen gekriegt. Aber Soylent Green is not made of people in diesem Fall. Genau. Das Schöne an dem Ganzen ist dann auch dieser Story, wie organisch sie sich entwickelt. Wir kriegen immer so kleine Brotkrummen an Story-Infos rübergeschmissen. Wir kriegen quasi keinen richtigen Prolog. Wir haben so ein bisschen eine Anfangssequenz, die in Ausschnitten von Berichterstattungen zeigt, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass die Erde im ständigen Schnee versunken ist. Und letztendlich... Durch Shem-Trails. Durch Shem-Trails. Genau. Shem-Trails. Und am Ende dieses Intros landen wir in dem Zug, ohne genau zu wissen, was dieser Zug macht oder was dieser Zug ist. Und diese Brotkrummen, was jetzt überhaupt da stattfindet, die kriegen wir immer so zugeworfen. Und organisch werden die in diese Story eingeworben. Aus den Charakteren heraus. Und was das Schönste ja immer an sowas ist, es ist nicht gezwungen, dass wir die ganze Zeit Expositionen bekommen. Nee, diese kleinen Expositionsschnipse, die wir haben, die werden immer an den richtigen Stellen rausgehauen. Immer wenn die Akteure über irgendwas reflektieren oder in sich gehen müssen oder sagen, boah, wir sind ja seit 17 Jahren im Zug und können es nicht mehr aushalten. Oder wenn dann doch dieses dunkle Geheimnis vom Curtis herauskommt, was mit ihm am Anfang passiert ist, ist das alles meiner Meinung nach zu einer passenden Zeit, an einem passenden Ort und Stelle rausgekommen. Und der Zuschauer muss sich dann sein eigenes Bild zusammenflechten. Also wir haben keinen Infodump, den es am Anfang gibt, sondern man muss schon eine gewisse Intelligenzleistung mitbringen, dass man auch behält, was am Anfang des Films gesagt wurde und zwischendurch. Wobei man jetzt auch sagen muss, die ist jetzt auch nicht hoch. Also die ist natürlich jetzt, man muss vielleicht ein bisschen mehr aufpassen als bei, was weiß ich, stirbt langsam fünf oder so. Aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, das ist jetzt irgendwie so drei Sekunden nicht hingeguckt, so hoch, was ist da passiert. Der Film ist ein tolles Beispiel dafür, dass das, was ich ja immer predige, Show, Don't Tell, einfach wunderbar funktioniert. Es werden Dinge angeteasert, die dann später aber halt auch gezeigt werden. Und Dinge, die erklärt werden, werden eben auch gezeigt. Es gibt keine Expositionsbomben, die gezündet werden, wo ich Dinge einfach glauben muss und sagen muss, ah, okay, das ist jetzt so. Sondern alles, was man angeteasert wird, wird auch hinterher so oder anders halt natürlich. Aber hat irgendeine Art von Bedeutung und ist damit auch was wert. Ja, es gibt ganz, ich habe extra bewusst nochmal nach den Filmen, als ich jetzt vor zwei, drei Tagen nochmal mit dem Feuerwehr Nöttgerl geschaut habe, die ihn auch ganz gut fand. Aber das hört ihr dann in der Kurzbesprechung in unserer anderen Folge, wie da die Meinungen sind. Da ist uns wirklich, es gibt keine großen Plotholes. Sicherlich, wenn du das mal ganz durchdacht, die Grundprämisse muss man natürlich kaufen, dass es so eine rollende Arche gibt. Da musst du natürlich grundsätzlich erstmal mit D'accord gehen, weil sonst, klar, brauchst du den Rest des Films dann natürlich nicht ernst nehmen. Aber sagen wir mal so, das hast du ja bei anderen Serien und Filmen auch im Grundsatz, so was wie Star Trek funktioniert ja auch nicht wirklich, wenn man es über das Warp und Beam und die Warp-Geschwindigkeit sprechen würde, würde es so in der Art mittlerweile nicht mehr funktionieren. Aber allein so, wie es aufgebaut ist, klingt es schlüssig und in der Welt selbst ist es doch logisch aufgebaut, sodass es funktioniert. Genau, absolut. Und alle Dinge, so wie du gesagt hast, so wie die Welt funktioniert und das, was einem gezeigt und erklärt wird, macht dann in diesem Moment auch Sinn. Die Serie scheint da das ein oder andere, sag ich mal, etwas noch nicht so hell beleuchtete Eckchen des Zuges dann etwas besser auszuleuchten, aber da kommen wir gleich zu. Ja, der Film ist natürlich eine Parabel und zwar eine Sondergleichen. Also ich glaube, wenn man ein linksintellektueller Mensch ist, dann ist das der Film sozusagen der, ja wie soll ich sagen, der ideologische Orgasmus. Ja, also als Linker bist du ja, ist das ja dein Traumfilm. Also die Arbeiterklassen erheben sich ja über die Reaktionären, Bürgerlichen und natürlich über das Kapital am Ende. Und das Problem ist, es endet halt dann leider nicht, das endet eigentlich so, wie der Kommunismus halt leider auch geendet ist. Lassen wir es mal da, wir wollen jetzt vielleicht dem einen oder anderen jetzt das Ende nicht verraten. Naja, also sagen wir mal so, vielleicht kommen wir später noch in die Spoiler-Sektion, dann sollten wir es aber extra noch kennzeichnen. Ich glaube, wenn die Leute sich das hier anhören und hören möchten, wie sie, vielleicht hören möchten, wie die Serie ist, kann ich mir vorstellen, dass viele schon den Film geschaut haben. Ich denke schon, dass wir gleich spoilern können. Bewähr auf Spoilers jetzt dann, ne? Genau, genau. Du hast vollkommen recht, aber in einem Punkt nicht. Es ist ein missglücktes Planspiel. Also ich meine, der Kommunismus, den wir bisher erlebt haben, der war ja auch so ein Planspiel, der seine kaputten Ecken hatten. Also ein wahren Kommunismus. Das war ein ziemlich realistisches Planspiel. Also von Spiel würde ich da nicht mehr reden. Nein, aber sagen wir mal so, wenn es Kommunismus in der eigentlichen Form sein sollte, wie er mal angedacht wurde, dann gab es diesen Kommunismus noch in keiner Art und Weise auf dieser Welt, die funktioniert hat. Und hier ist es genauso. Hier ist es die korrupten Leute, die alles lenken und so tun, als ob quasi. Weil alles, was wir ja auch dann später erleben in diesem Film, der Ausstand der Arbeiterklasse, ist ja mehr oder weniger so ein bisschen eine Parallele, fand ich, super schön, zu Matrix. Weil alles, was die gemacht haben, war ja vorbestimmt und angeleitet quasi von Wilford und seinem Kumpel hinten im Zug. Die wollten ja, dass es so etwas passiert. Nur am Ende, wie es auch im Kommunismus war, haben die Pläne nicht gefruchtet und irgendwie ein Steinchen hat es doch das Falsche ins Rollen gebracht. Das finde ich das Schöne, dass wir im Prinzip am Anfang im Glauben gelassen werden, dass das eine echte Revolte ist, die stattfindet, wo sich die Arbeiterklasse erhebt. Und im Laufe des Films finden wir es raus, so einfach ist das nicht. Weil damit wird bewusst gespielt von Wilford und Co., dass sich irgendwann wer erhebt, weil wenn jemand mal irgendwie ein kleines Ökosystem selber aufgebaut hat, dann weiß man, dass ein Ökosystem nicht überleben kann, solange nicht das Gleichgewicht gehalten wird und eine bestimmte Anzahl von Lebewesen nur eine bestimmte Anzahl von Ressourcen verbraucht. Ich meine, wir haben ja hier auf der Welt gerade das perfekte Beispiel dafür, wie ein Ökosystem kippen kann durch eine Spezies. Aber genauso, da ist es ja auch das Planspiel. Wenn sich eins nicht an den anderen hält, dann kann das Ganze kippen. Und um das Ganze im Gleichgewicht zu halten, werden alle paar Jahre diese Revolten eingeleitet von Wilford und Co., damit es wieder auf ein gutes Maß zurückgeschoben werden kann und das Ökosystem wieder funktioniert. Am Ende gibt es natürlich dann doch einen kleinen Hoffnungsschimmer, den wollen wir jetzt an der Stelle mal nicht komplett verraten. Aber ja, das ist eigentlich so der Twist, der am Ende ist, dass also die ganze Revolution einfach nur ein abgekartetes Spiel war und dass halt eben das Tale mit der Spitze halt doch genauso Hand in Hand arbeitet und ja, dann eben der Curtis dann verraten wurde. Ja, was soll man sagen? Es ist, sicherlich hätte man den um 20 Minuten gekürzt, wäre wahrscheinlich von dieser politischen Message alles rausgeflogen und dann wäre es einfach nur ein Actionheuler gewesen. Er ist durchaus, glaube ich, ein solider, aber so muss man ganz ehrlich sagen, und das macht diesen Film meiner Meinung nach auch so besonders, ist der wirklich also für jeden was. Der bietet was fürs Hirn, fürs Nachdenken, was wäre wenn. Und obwohl ich kein Freund von solchen Dystopien bin, finde ich den eigentlich wirklich sehr guckenswert. Und er hat aber trotzdem auch gut choreografierte Action, sehr brutal, muss man auch sagen. Also es ist jetzt nichts für so ganz zarte Gemüter, also Körperteile werden doch abgetrennt und auch eingefroren, zerschlagen und Augen ausgedrückt. Also es ist jetzt nicht, es ist schon ein bisschen, das ist jetzt kein Splatter, ist kein Hausleer, aber es ist jetzt auch nichts für ganz zart Beseitete. Und das ist aber auch gut inszeniert, die Production Value stimmt und das ist dann auch schon fast so ein Kritikpunkt gegenüber der Serie. Dafür, dass die sieben Jahre älter ist, sieht die Leiter sieben Jahre jünger ist, also jetzt aus diesem Jahr oder von 2019, sieht die Leiter eher aus wie von 2005. Ja, das Schöne an dem Film ist, dass es in so einem engen Raum stattfindet, musste man halt auch in diesem engen Raum alles stattfinden lassen und hat diese einzelnen Abteile gesehen, die natürlich hier entsprechende Ausprägungen hatte, aber man brauchte am Ende nicht diese riesen Sets, die man über CGI erweitern muss. Das Einzige, was wir hier CGI-mäßig hatten, waren die Blicke in die Außenwelt. Sehen jetzt nicht so hammermäßig aus, aber für einen Film von 2013 war es okay. Und die müssen auch nicht besser aussehen, weil das meiste sich sowieso fokussiert aufs Innere des Zuges. Und im Inneren des Zuges, die Ausstattung und die Bühne und alle Props, sieht halt wunderbar aus und es wird mit jedem Raum und mit jedem Abteil gespielt. Deshalb habe ich es eben schon gesagt, es sind ganz, ganz viele verschiedene Filme in einem, wenn man allein diese Szene in dem Abteil bedenkt, wo der Axtkampf stattfindet mit den Security Guards. Da haben wir am Anfang erst frenetische Action-Szene. Diese Action-Szene ist aber auch untypisch inszeniert, indem wir ganz ruhige Musik darüber haben. Alles ist quasi stumpf und wir sehen viel in Snowmo, bis es sich wieder beschleunigt. Und dann kommt plötzlich ein Tunnel. In diesem Tunnel wird es zu einem Horrorfilm, wo wir es die ganze Zeit in der Nachtsicht sehen. Zwischendurch haben wir wieder was, wo kleine Lichteinflüsse reinkommen, wo es zu einem Trip quasi wird. Und am Ende sehen wir hier allein an dieser Szene, wie viele Genres in einem verwurstet werden. Und die ist meiner Meinung nach ein Paradebeispiel, was dieser Film an visuellen Schmankern uns dahin lief. Das sind natürlich auch inzwischen Stilelemente, die halt jetzt tausendmal kopiert wurden. Natürlich, natürlich. Ich meine, der Film hat es ja auch kopiert. Aber das Schöne ist ja, mittlerweile ist wenig neu. Es gibt fast nichts, was irgendwie neu gemacht wird in Filmen und ähnlichen Sachen. Es baut alles auf anderem auf. Und wenn man es gut kopiert und seinen eigenen Dreh drauf macht, dann kommt ein hochwertiges Produkt am Ende dabei raus. Ich meine, wie viele Geschichten, wie viele Filme haben dieses Klischee, die da Szene aus dem Ersten Weltkrieg verwurstet, wo plötzlich ein Neujahr alles stillsteht und miteinander feiert, kurz im Moment des Friedens reinkommt und danach wird weitergeballert. Aber hier dadurch, in was für einem Zwischenraum es gezeigt wird und in einer, was für einer kompakten Zeit es gezeigt wird, funktioniert es. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da stand so ein, da kann man so die, die Inspiration könnte von The Raid zum Beispiel gekommen sein. Der kam so anderthalb Jahre früher raus, ja. Der hat ja auch schon mit diesen Dingen gearbeitet. Und dann hat man eine ähnliche Inszenierung der Kämpfe dann auch zum Beispiel nochmal in Daredevil gehabt, ja. In der ersten Staffel von Daredevil ganz besonders, ja. Das sind also so, das ist ein bisschen Gameartige von der Seite, so ein Sidescroll und so, aber ist schon gut gemacht. Also definitiv, der Production Value von dem Ding ist gut, der ist auch, man kann ja vom sieben Jahre alten Filmen nicht von schlechten Altern reden, aber wie gesagt, der wird auch gut altern, sag ich mal so, ja. Den kannst du auch in 20 Jahren noch gucken. Genau, und vor allen Dingen aus dem, sagen wir mal, sozialen Aspekt, wie es heutzutage aus dem Political Correctness Aspekt hält er sich auch wunderbar, gerade in Zeiten, wo jetzt hier überall Unruhen aufgrund von rassistischen Entwicklungen gibt, zeige ich dir hier, was für eine Diversität auch stattfinden kann im Film. Weil wir haben ja wirklich unter die unterschiedlichsten Länder hier repräsentiert in dem Film. Also es ist nicht nur der typische Amerikaner, ne, es sind viele Asiaten dabei und es ist aus verschiedensten Nationen, die alle zusammengekommen sind und um als Menschheit in diesem Zug zu überleben. Ich überlege gerade, für wen der Film ist. Also ich bin ja kein Dystopienfreund, habe ich heute schon gesagt und in anderen Podcasts auch schon mehr. Trotzdem finde ich den gut, weil die Dystopie einfach nur so der Aufhänger ist. Und es ist ein Kammerspiel, eigentlich so ein kleines. Mir gefällt es als Parabel auch sehr gut, weil es für alles was hat. Wir haben gerade letztens einen anderen Film geschaut, den wir demnächst in der 14. Folge von Zeig mir Deins, ich zeig dir meins besprechen werden. High Rise. Das ist auch so eine Parabel, ja. Ein ähnliches Szenario, ein bisschen anders. Aber das ist halt eher so der avantgardistische Ansatz. Das ist, da könnte ich verstehen, wenn man da sagt, das ist dem Durchschnittspublikum zu hoch. Ja, weil das halt, ja, ich sag mal, fast schon so Fellini-mäßig ist, so das große Fressen und so. Also fast schon Avantgarde, surreal und so weiter. Und da guckst du teilweise hin, denkst du so, okay, ja, das ist sowohl brutal als auch extrem pornografisch und so weiter. Also da, wie gesagt, in einem anderen Podcast mehr dazu. Das ist was, das ist schon Arthouse-Kino. Das ist kein Arthouse-Kino, sondern ich finde, das ist ein guter Actionfilm mit einer Message. Und das ist eigentlich was, weshalb es eigentlich wirklich so schade ist, dass der Film jetzt nicht so abgeräumt hat, was die Einspielergebnisse angeht. Weil das wäre halt ein schönes Beispiel gewesen, wie man auch mal Action fürs Auge und fürs Hirn machen kann und halt nicht nur fürs Auge, also nicht nur No-Brainer. Und deswegen, ja, mehr davon. Ich hoffe mal, dass die Serie vielleicht da was schafft, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, das glaube ich auch, dass, ich weiß es nicht, ich habe die erste Folge gesehen, wir können jetzt nochmal sofort über die Serie reden, die ihre eigenen Ansätze hier in diesem Thema findet. Aber ja, wie du es schon gesagt hast, es werden ja nicht nur ein oder zwei Themen hier verwurstet. Ich finde es ja immer wieder interessant, das wurde noch gar nicht groß angesprochen, das interessiert mich für die Serie und den Film ja auch, dass, ob da genug Leute in dem Zug sind, um quasi wieder eine funktionierende Zivilisation zur Repopulation der Erde aufzubauen. Ich glaube, ich habe es mal gelesen, dass man mindestens ein paar hundert Leute braucht, damit der Genpool nicht komplett daneben geht. Und ich glaube, auf diesem Zug waren mindestens ein paar tausend, oder? Oh, ich glaube, die Zahl wird gesagt, aber da bin ich nämlich drüber gestolpert. Ich glaube, im Film werden, ich weiß nicht, zweitausend Leute, ich weiß nicht, irgendeine Zahl wird, glaube ich, gesagt. Und dann wird irgendwann mal gesagt, es sind hundertzehn Waggons. Das passt irgendwie nicht so ganz, vor allem, weil in vielen Waggons ja gar nichts drin ist. Und da macht es in der Serie jetzt ein bisschen mehr Sinn mit den 1001 Waggons. Trotzdem sind die Waggons schon auch Fantasiegebilde. Also es gibt keine Schlafwagenabteile oder sonst irgendwas, ja. Also es ist einfach, jeder Waggon hat einen Zweck. Und man darf nicht großartig drüber nachdenken, dass man eigentlich jedes Mal durch den Kuhstall laufen müsste, wenn man hinten, was weiß ich, mal eine Flasche Wein rausholen will oder so irgendwas, ja. Ist dir aufgefallen, wer war noch auch dabei? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, die Schauspielerin. Astrid von der Serie, die wir nicht benennen wollen, war dabei. Du meinst Agnes. Agnes, genau, Entschuldigung, Agnes. Die immer noch wegen Mordes gesucht wird, ja. Ja, genau. Hier spielt sie eine Kindergärtnerin, die auch mit Knarre umgehen kann. Ja, es ist nur ihre Tarnidentität, ich sag dir das, ja. Und Agnes, das ist wahrscheinlich so, die Lehrerin ist dann wahrscheinlich, ist Agnes, ja. Und Agnes ist in der Serie, der Shall Not Be Named, ja, wahrscheinlich auch nur ein Android von der Lehrerin. Ja, so. Nämlich im gleichen Universum. Ja, also wie gesagt, der Film kriegt von mir so eine absolute Guck-Empfehlung. Wer den jetzt noch nicht geguckt hat, dann habt ihr echt was verpasst. Ihr könnt den auf Netflix schauen, ne? Netflix ist der Film, genau. Auf Netflix ist er dabei, ich glaub, man kann ihn bei Amazon auch leihen. Der macht sich aber auch für einen Fünfer gut in jeder Blu-Ray-Sammlung. Also der kann man sich angucken und auch behalten, der wird da nicht schlecht. Ja, und weil der Film halt so gut war und gute Kritiken gekriegt hat, hat sich dann TNT gedacht, da machen wir doch mal eine Serie dazu. So, und hat dann 2018 die erste Staffel veröffentlicht, die dann im September rauskam, ne, beziehungsweise um ein Jahr verschoben wurde auf Juni 2019. Und dann wird es nochmal verschoben, nämlich jetzt auf den 17. Mai 2020. Und bei uns ist es dann auch zeitnah gestartet bei Netflix auch wieder am 25. Mai. Jede Woche kommt eine Folge raus. Ich weiß gerade nicht, wie viele Folgen es sind. Es sind, glaube ich, acht Folgen angesetzt für die erste, zehn Folgen sind angesetzt für die erste Staffel. Und auch hier haben wir durchaus bekannte Schauspieler. Es spielt also Jennifer Connelly mit. Es spielt David Dix mit. Es spielt mit hier Mickey Sumner. Die hat man auch öfters mal gesehen. Alison Bright, die kennt man aus. Die Americans zum Beispiel. Wir haben Sheila Wendt da. Die spielt in Argo mit und so weiter. Also da sind durchaus auch bekannte Gesichter dabei. Also wirklich sehr viele. Es ist nicht einer aus The Walking Dead, ist, glaube ich, auch dabei. Oder zwei aus The Walking Dead sind, glaube ich, dabei. Also es sind wirklich immer wieder aktuell bekannte amerikanische Serien Gesichter, die da ist auch hochkarätig besetzt. Und die Serie spielt sieben Jahre vor den Ereignissen des Films. Und da habe ich ja dann schon ein bisschen gezuckt. Vor allem war ich ein bisschen überrascht, weil wenn man sich den Trailer zur Serie anguckt, weiß nicht, ob du das gemacht hast. Hast du den Trailer zur Serie angeguckt? Ich glaube schon. Ich meine, ich habe ihn vor ein paar Monaten mal gesehen. Okay. Vielleicht ist es mir auch nur so extrem aufgefallen, weil ich den Trailer zur Serie einfach direkt im Anschluss nach dem Film geguckt habe. Und wenn du dann den Trailer guckst, denkst du dir so, das ist ja jetzt einfach nur der Film auf zehn Folgen gestreckt. Ist er aber nicht. Also der Trailer ist bewusst so geschnitten, dass du glaubst, das ist eigentlich nochmal ein Rehash vom Film. Zum Glück ist es das nicht. Ob das auf Dauer ein Glück bleibt, weiß ich noch nicht. Denn die Serie scheint eine ganz andere Richtung zu nehmen. Was ist bei dieser Serie? Bei dieser Serie sind es verschiedene Sachen, die miteinander reinspielen. Ich glaube, ich habe vom Trailer damals auch erwartet, dass die Serie so ein bisschen in die Richtung vom Film geht. Dass wir vielleicht so eine Prequel-Geschichte bekommen und die Jahre dazwischen gefüllt werden. Da bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher. Denn wo der Film, wo ich eben schon gesagt habe, alles sehr organisch aufbaut, ist zumindestens der Pilot fühlt sich für mich sehr gezwungen an. Auch wieder die Parallelität zum Film. Im Film hat man einen kleinen Zusammenschnitt von ein paar Audioschnipseln aus Radioberichten oder Fernsehberichten bekommen, damit man das Setup des Ganzen versteht, wie es in der Zukunft ist. Der Film fängt mit einer leicht animierten Version des Ganzen an, erklärt aber direkt sehr, sehr viel. Wir haben hier halt den klassischen Exposition-Dump, um alles zu verstehen, wo kommt Snowpiercer her, was wird gemacht. Und wir steigen ein in dem Moment, wo die ganzen Leute versuchen, die ganzen blinden Passagiere an Bord des Zugs zu kommen. Und ich dachte, ja geil, vom Anfang an ist bestimmt ganz spannend, wie es uns erzählt wurde im Film, dass am Anfang irgendwie Kannibalismus und ähnliches stattgefunden hat. Vielleicht gehen wir ja jetzt in die dunklen Bereiche der Menschlichkeit rein und gehen in eine Richtung von, wie Last of Us 2 jetzt gerade sein will. Sehr düster, sehr psychisch aufgelaben und sehr psychologisch tiefgründig. Aber nein, danach springen wir plötzlich sieben Jahre weiter und das war es mit dem Prolog. Und es wird einfach im Rest des Piloten viel erklärt, aber ehrlich gesagt wenig gemacht. Ja, und wir landen dann, so viel kann man verraten, in einer bisher, und ich habe jetzt schon die zweite Folge gesehen, Krimi-Story, nämlich in einem klassischen Whodunit, in einem Mordfall. Ja, ein ehemaliger Detective, Andrew Layton ist der Name, gespielt von David Dix, der soll eben diesen Mord aufklären. Er wird dann also nach vorne geholt, aus dem Tail heraus und soll dann eben, weil er wahrscheinlich der einzige Detective ist, zusammen mit einer relativ unerfahrenen, weil nur Polizeischülerin gewesenen, Ermittlerin aus dem reicheren Sektion, im Spiel von der Mickey Sumner, soll er dann den Mord aufklären. Mehr weiß ich auch nicht, weil wie gesagt, ich habe nur zwei Folgen gesehen. Und wir haben noch zwei, drei Rückblicke und ich glaube, das wird so die Erzählweise sein. Die erinnert mich ein bisschen an Handmaid's Tale, wo man auch immer wieder die Entstehung des Status Quo, den man in der, sag ich mal, Echtzeit der oder in der Jetztzeit der Serie sieht, durch Rückblicke dann sieht. Und ich könnte mir vorstellen, so macht man das hier auch. Ich finde es aber bei einer Krimi-Geschichte ehrlich gesagt immer nervig, jetzt mal so grundsätzlich, wenn die dauernd durch Rückblenden unterbrochen wird. Also ein Krimi hätte ich gerne vorwärts erzählt und nicht rückwärts. Aber gut, man kann es ja vielleicht gut machen, man wird es sehen. Aber ich war überrascht, dass es so ein Krimi-Ansatz wird. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ehrlich gesagt ganz froh drüber, weil jetzt einfach nur den Film über zehn Folgen nacherzählt, das fände ich jetzt extrem langweilig. Dann hätte ich auch, glaube ich, würde ich nicht weitergucken. Weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, die Serie hat mich nicht so megamäßig gehuckt. Ja, ich muss dir da leicht widersprechen. Ich meine, den Film jetzt nachzuerzählen, das wäre ziemlich lahm. Das versuchen ja viele Serien und das muss man jetzt wirklich nicht machen. Das ist schon ganz gut, dass sie hier versucht haben, einen anderen Ansatz zu wählen. Trotzdem, wie ich eben gesagt habe, kann man hier ja die Vorzeit ergründen und menschliche Abgründe ergründen und gucken, wie Menschen in solchen Situationen mit dem klarkommen, wie sie mit Extremsituationen klarkommen. Und hier haben wir es so, puff, wir haben am Anfang eine Extremsituation, puff, wir sind sieben Jahre weiter, wo das Leben einigermaßen geordnet funktioniert. Gut, die einen sind nicht zufrieden, sehen aber für das, was wir im Film gesehen haben, ungewöhnlich sauber aus. Also, die sehen alle gut genährt aus und sehen jetzt nicht alle zu dreckig aus. Es sieht nur ein bisschen, als hätten sie sich mit ein bisschen Staub bedeckt und das war's. Und dann plötzlich wird das Klischee des Klischees des amerikanischen Fernsehens reingebracht. Und zwar haben wir so eine gefürchtet prozentuale Sache, wo eine Murder Mystery reingebracht wird und ein ehemaliger Detektiv aus dem Ruhestand geholt wird, um den Mordfall zu lösen, aber er der Außenseiter hier weiterhin ist. Und das hat mir ganz stark aufgestoßen, weil das hat man in tausend anderen Serien, CSI und Co., jede Woche wieder neu. Okay, und das brauche ich ehrlich gesagt in so einer Serie, die wirklich, ja, wie ich sag's immer wieder, menschliche Abgründe erkunden soll. Die Psyche des Menschen, das Verhalten des Menschen in Extremsituationen brauche ich nicht. Den Standard Detektiv, der wieder seinen alten Beruf aufnimmt, vor allen Dingen in einer Zeit, wo darüber geredet wird, okay, konnten die jetzt nicht ahnen, ob die Polizei in Amerika wirklich die Funktion weiter übernehmen soll, die sie bisher übernommen hat. Ja, ich bin da ja bei dir, das widerspricht sich ja nicht. Also du brauchst bei diesem interessanten Grundsetting nicht noch eine halbgare Houdanit-Folge obendrauf oder Story obendrauf setzen, sondern ich hätte auch eigentlich viel lieber gesehen, wie denn, ja, der Tale zu dem geworden ist, was wir dann im Film sehen. Und ja, ich bin auch bei dir, die sind alle sehr wohlgenährt. Also schmeckt vielleicht nicht da dieses Silent Green, aber macht auf jeden Fall, setzt gut an. Ja, und das ist ja, so ein bisschen bei The Walking Dead haben wir ja auch das Problem, wo ich mir denke, so die Dicken bleiben auch immer dick, ne. Also einzig Eugene hat ein bisschen abgenommen, aber Luke ist halt immer noch ein Moppel und Jerry halt auch, ja. Ja. Und dafür, dass sie den ganzen Tag laufen und Walker killen und Schokoriegel schon lange nicht mehr produziert werden und so. Ja, ich bin mir so, okay. Und wir schon zwölf Jahre Zombie-Apokalypse haben. Ich bin mir so, okay, ich glaube so ein bisschen natürlicher, egal. Ja, gut. Also, ja, das sind so Dinge, da muss man einfach gucken, wie es sich entwickelt. Aber bist du denn gehuckt? Nein. So hat es dich gepackt? Ja, mich auch nicht, okay. Nee, nee. Weil ehrlich gesagt, ja, vielleicht bin ich auch mit zu hohen Erwartungen da rangegangen, dass ich den Film einen Tag vorher geguckt habe, war vielleicht nicht die beste Idee, weil der legt halt schon eine Latte vor. Das werden ja viele Leute machen. Ja, das werden viele Leute machen. Und ich meine, man kann es ja auch gut machen, Film zu adaptieren oder eine Prequel-Geschichte zu machen. Viele Serien haben gezeigt, wie man es nicht machen kann, aber es gibt auch Serien, die gezeigt haben, wie man es machen kann. Jetzt zuletzt das Beispiel, Better Call Saul, was wir ja immer wieder hochloben für eine Prequel-Serie, die funktioniert, weil es einfach aus den Charakteren herausgeschrieben wird und nicht aus der Prämisse, dass wir jetzt irgendwo hinkommen müssen. Gut, geben wir der Serie vielleicht Benefit of the Doubt. Es war bisher eine Folge und ich habe ein paar Reviews gelesen, die gesagt haben, es wird deutlich besser und gibt ein paar Twists da drin. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, die erste Folge hat mich absolut nicht gehuckt. Ich brauche keine Murder-Mystery in dem ganzen Ding. Ich will wissen, wie die Menschen in ihrem Alltag klarkommen, was man natürlich hier mehr oder weniger zeigt, dadurch, dass ein Detektiv jetzt durch alle Abteile gehen kann und mit allen reden kann. Aber das bisschen, was mir bisher gezeigt wurde, hat mir jetzt nicht so klar gemacht, dass die jetzt seit sechs Jahren unter einer Terrorherrschaft leben. Ja, deswegen müssen wir mal abwarten. Ich habe halt immer so ein Problem mit diesem Prequel-Gedöns, wenn ich halt hinten weiß, wie es ausgeht. Ja, da ich halt die ganze Wilford-Geschichte jetzt kenne und ich halt weiß, wie der Zug angetrieben wird etc. pp. Bin ich mal gespannt, ob sie daraus jetzt ein Ding machen, weil ja, da ist halt kein für den Filmkenner kein Mysterium mehr dabei und da weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist. Ich meine, es muss nicht schlimm sein, wenn man weiß, wo es geht. Nein, es muss nicht schlimm sein, es kommt drauf an, was man draus macht. Genau, es kommt drauf an, was man draus macht. Ich meine, es ist das Prinzip, Hitchcock hat es immer wieder in seinem Film gemacht. Er hat nicht das verborgen. Der Zuschauer in Hitchcock-Filmen durfte immer deutlich mehr wissen als der Protagonist in den Hitchcock-Filmen. Und dadurch hat er die Spannungen aufgebaut. Er hat es vom Zuschauer nicht geheim gehalten, sondern er hat ihn mit eingeweiht. Und dadurch hat er die Spannung aufgebaut, was passiert als nächstes. Und man fiebert mit den Leuten mit. Und das kann durchaus gut sein. Und wie gesagt, bei Breaking Bad oder Better Call Saul ist es eine andere Qualität des Schreibens. Bei Better Call Saul wissen wir auch, wo es drauf zugeht. Wissen wir auch, wo Saul Goodman am Ende landet. Und bei Breaking Bad wussten wir auch, dass es quasi Scarface sein sollte für Walter White, weil es immer wieder gesagt worden ist. Aber dementsprechend, das Ziel ist ja nicht das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Und diesen Weg zu beschreiten, kann das Spannende sein. Muss aber nicht. Und für mich muss mich eine Serie mittlerweile in der ersten Episode kriegen, damit ich sie weitergucke. Beziehungsweise, wenn ich sie weitergucken soll, kann mir irgendein anderer dann auch Jahre später sagen, guck die unbedingt, die wird viel besser. Aber von mir aus heraus habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr so viel Interesse, die weiterzuschauen. Deswegen werden wir es bei dieser Serie auch so halten, dass wir jetzt mal die ganze Staffel uns angucken, auf uns wirken lassen und dann vielleicht nochmal ein kleines Recap zu dieser Folge hier und zur ganzen Staffel nachlegen. Das wird vielleicht nicht ganz so umfangreich sein. Und sollte die Serie dann nochmal so ein Riesending werden, dann könnt ihr sicher sein, dass es ganz höchstwahrscheinlich auch eine neue Show gibt, die dann irgendwie, was weiß ich, Piercer-Nerd oder Nerd-Piercer oder so heißen. Die Snow-Nerds. Die Snow-Nerds, wo wir dann alle 14 Tage zwei Folgen Snow-Piercer besprechen. Bisher glaube ich allerdings nicht, dass es diese Podcast-Show geben wird, aber mal gucken. Vielleicht packt es uns ja noch und man soll dem ganzen Jahr nochmal ein bisschen Zeit geben. Ja. Trotzdem schaut euch den Film an, auf jeden Fall. Der schadet auf gar keinen Fall bei der Serie. Man kann ja mal eine Stunde seiner Zeit opfern. Die ist auf jeden Fall nicht vertan. Im Gegensatz zu, ich hatte es eingangs erwähnt, zum Space Force. Da waren auch die ersten 20 Minuten. Ich habe zwei Folgen geguckt. Grausam. Hast du schon geguckt? Nee, aber dadurch, wie viel ich davon gehört habe, will ich es mir auch ehrlich gesagt kaum antun. Es ist wirklich, es ist nicht lustig. Ich habe zweimal geschmunzelt. Ja. Ich habe dann auf Deutsch mal umgeschaltet, dann wieder auf Englisch, um zu gucken, ob es in irgendeinem, ob es vielleicht Synchro irgendwie was, ob ich irgendwas nicht mitbekomme oder so. Aber nein, es ist einfach nicht lustig. Also alle Gags sind unglaublich gezwungen. Alle Pointen sind so, die Pointen siehst du schon meilenweit kommen. Und dann sind sie gezwungen und das Timing im Schnitt und im Acting ist grottenschlecht. Also jede Pointe, hast du das Gefühl, wird einfach einen Ticken zu lang rausgezögert oder dauert zu lang, bis sie kommt. Oder die Auflösung des Gags ist dann viel zu lang. Also es sitzt einfach nichts. Und dazu kommt so dieses ungute Gefühl bei vielen Gags, dass man halt sagen muss, die aktuelle amerikanische Administration würde das halt tatsächlich machen. Ja, das kommt halt auch noch dazu. Ja, aber das ist ja so ein bisschen die Prämisse der Serie. Die Serie haben die ja nur geschrieben, nachdem Trump wirklich gesagt hat, dass er die Space Force machen möchte. Und da hat die Realität die Fiktion wieder eingeholt. Und es könnte durchaus sein, dass die UDS-Streitkräfte ihre Space Force nicht mehr Space Force nennen dürfen, weil die Serie es eher geschafft hat, auf den Namen Space Force ein Trademark drauf zu setzen, als es die US-Regierung geschafft hat, ein Trademark auf die Space Force Behörde zu setzen. Ja, das wäre natürlich sehr spaßig. So oder so, schaut euch das nicht an. Wenn ihr aber Lust auf eine wirklich gute Serie und Polizatire habt, dann kann ich an dieser Stelle eine Serie empfehlen, die zwar schon ein bisschen älter ist, die aber wirklich sehr, sehr, sehr lustig ist, nämlich Weep. Ja, so alt ist Weep ja jetzt auch nicht mehr. Letztes Jahr hat es ja aufgehört erst. Stimmt, letztes Jahr nach sieben Staffeln hat es aufgehört, die hat 2012 angefangen. Und das ist wirklich eine Serie, die ist lustig, von der ersten bis zur letzten Staffel. Das ist skurril, das ist Satire. Man muss vielleicht ein bisschen Ahnung so vom politischen System in den USA haben, damit man so jedem Gag folgen kann. Aber das ist wirklich lustig und die kann ich an der Stelle also absolut nur empfehlen. Wer also wirklich gute Polizatire haben will, der schaut sich bitte Weep an und nicht keine, bitte verschwendet keine Sekunden an Space Force. Es ist wirklich nicht lustig. Gut, in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal eine Bewertung da oder einen Fünf-Sterne oder einen Einen-Sterne. Wie ihr wollt, aber begründet es bitte. Wir haben letztens wieder eine Einen-Sterne-Review kassiert, wo ich mir so denke so, alter, Google halt einfach mal. Ich denke so, ey, du bist echt, ja, Google, also erstmal, es ging nicht um das Thema, was er bemängelt, sondern es war ein Nebensatz im ganzen Cast und zweitens ist es verlinkt und drittens, Google halt. Ja, Pfeife, ey. Naja, egal. Also, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumel ein nach oben da und schreibt uns ein schönes Review oder auch eure ehrliche Meinung auf iTunes oder jetzt eben auch auf Podcast Addict und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns natürlich am Donnerstag, Michael, da machst du das Nerdquiz, ne? Ja, genau. Bei twitch.tv slash German Comic Con. Da wird der Michael am Donnerstag das Nerdquiz machen und wir machen dann noch ein neues Nerdquiz. Am Sonntag, den 21.06. ab 13 Uhr geht auf twitch.tv slash German Comic Con. Habe ich dir in der URL schon mal gesagt? Twitch.tv slash German Comic Con. Geht dann die German Comic Con Home Edition los? Twitch.tv slash German Comic Con. Das ist auch so ein abgedroschener Gag, den findet eigentlich auch wahrscheinlich überhaupt keiner mehr komisch da draußen. Ja, also von daher schaut doch da mal rein auf Twitch und dann vom Account von der German Comic Con und da geht es am Sonntag und am Donnerstag weiter. Wir werden, wie gesagt, Snowpiercer noch mal kurz besprechen, wenn die erste Staffel gelaufen ist, werden dann noch mal ein Recap und ein Fazit dazu machen, damit ihr auch hier wisst, ob es sich vielleicht im Rückwärtigen noch lohnt, das Ganze dann auch mal durchzubingen. Vielleicht kommt ja raus, dass es eine Serie ist, die am besten zu bingen ist. Wer weiß es, ne? Ansonsten eine E-Mail an info-at-nerdizismus.de oder natürlich wie immer an die Telefonnummer, die 015259647709. Dort eine Chatnachricht oder eine Sprachnachricht, wie ihr denn Snowpiercer die Serie und natürlich auch, wie ihr den Film fandet. Ja, in diesem Sinne, Michael, danke, dass du heute wieder da warst, demnächst dann jetzt auch wieder öfter und euch da draußen vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Eine Produktion des Podcast-Imperiums